Moin Leute, jetzt wo der neue Balance Patch draußen ist, heißt es ja mal wieder ein paar Monster testen, denn Comptor hat ja einiges verändert, auch wenn man mit dem letzten Balance Patch aus meiner Sicht nicht so richtig zufrieden sein kann, weil es wieder so ein Durchhalte Patch war. Waren aber einige Monster dabei, also so einige wenige, die durchaus eine Veränderung hatten und eins davon gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an, der gute Sairos, dessen dritte Fähigkeit jetzt garantiert kritten kann. Das macht einige andere Builds auf Sairos auf einmal möglich und dann schauen wir mal, wie sehr das Ding jetzt in der Arena Leute aus dem Leben ziehen kann. Und der erste Build, den ich euch vorbereitet habe, ist einer, der für die erste Runde jetzt gedacht ist. Wir spielen hier mit Psamath, Tiana, Galleon und Sairos, typische Erstrunden-Cleave, die allerdings trotzdem recht anspruchsvoll ist, was die Rune angeht. Wir sehen hier eine Tiana, die auf Speed, Crit, Damage und Attack gebaut ist mit plus 202. Dann kommt ein Galleon, der auch recht zügig ist, aber wahrscheinlich noch recht einfach zu ruhen. Dann kommt noch ein Psamath, den ich sogar noch vor den Sairos gepackt habe. Der ist jetzt viel zu schnell. Den habe ich noch in einer anderen Offense-Variante mit drin, aber der hat hier vor allem die Möglichkeit, einfach schnell genug vor Sairos zu sein und ein bisschen ACC für die zweite Fähigkeit, weil wir wollen noch zusätzlichen Reset verteilen. Also der ist jetzt nicht unbedingt für den Damage dabei, sondern der ist hier auf Tempo-Fokus, um so ein bisschen zusätzlich Resets zu verteilen. Und Sairos hat dann hier Attack, Crit, Damage und Attack-Bild auf plus 143 Speed. Und was ich jetzt versucht habe, betont auf versucht habe, zu tun, ist so viel wie möglich Crit-Rate runterzunehmen. Das ist eigentlich die Idee gewesen, aber ihr seht das anhand meiner Runen. Ich habe seltene Runen rumliegen, die jetzt quasi ziemlich schnell sind und dann nur Crit-Damage oder hohe Attack-Werte haben. Deswegen ist jetzt so ein Bild bei rausgekommen mit Sairos für die erste Runde. Wir gucken mal, wie gut der hier performt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein und schauen einmal, dass die dritte Fähigkeit jetzt hier von Gellion hoffentlich trifft. Perfekt, zwei von vier. Und ihr seht jetzt schon an der Stelle, das ist so eine typische Defense, die man durchaus öfter mal treffen kann. Und wir haben jetzt den Attack-Bab von Sairos und die dritte Fähigkeit. Und ihr erinnert euch, die dritte Fähigkeit kann ja, wenn sie deutlich mehr Attack hat als die des Gegners, könnt ihr damit garantiert Crit-Rate. Das machen wir jetzt einmal. Zack und wir sehen 49.000 auf der Juno. Und die Camilla hat auch schon ordentlichen Chunk an Damage bekommen. Also das ist schon recht ordentlich, muss ich sagen. Gerade auch Camillas sind ja so meine große Gefahr hier, wenn man Sairos spielt, dass man die nicht so schnell aus dem Leben bekommt. Mit garantiertem Crit. Problem ist, dass man mit dem garantierten Crit Camilla Passiva auslöst. Und das ist so ein bisschen schade, weil gerade in der Arena Rush Hour, zumindest auf dem EU-Server, ist es ja häufig so, dass man sehr viele von diesen Camilla-Defenses sieht. Aber ihr seht jetzt, das sieht erstmal, also schnell sieht es jetzt nicht unbedingt aus, weil wir dann doch nicht jeden aus dem Leben gekleert bekommen haben hier. Und ihr seht, das ist jetzt irgendwann so ein Kampf zwischen Samafa und dem Rest. Und wir hoffen, dass wir das einfach noch so ein bisschen gewinnen. Aber ich kann euch jetzt schon mal mitholen, das gewinnen wir sogar noch, weil Tiana jetzt hier einen rauskrittet. Ähm, und mit Sairos ist okay, aber ich würde sagen, wir gucken mal weiter, was noch so viele Defenses gibt. So, und hier ist noch eine Defense, auch wahrscheinlich momentan nicht im hohen Bereich unterwegs. Und wir sehen ja auf der rechten Seite direkt einen Taranis. Taranis wurde auch frisch gebufft und hat ja einiges an Verbesserung bekommen. Und jetzt kann man sich die Frage direkt beantworten, lohnt es sich, Taranis in die Arena-Defense zu stellen? Und die Antwort werde ich jetzt gleich bekommen. Wir können hier einmal Reset-Möglichkeit, zweite Reset-Möglichkeit, die trifft jetzt auf Taranis und dann das Ding direkt durch. Lass uns nochmal ganz kurz zurückspulen, wie viel Schaden war das jetzt? Da habe ich nicht ganz drauf geachtet. Dritte Fähigkeit, was war das jetzt an Damage, was wir hier draus gerotzt haben? 37.067 auf Pörner, der aber für gewöhnlich auch nicht so viel Defense-Werte hat. 47. Also ich würde mal so ein bisschen sagen, so um die 40.000 macht der wahrscheinlich auch so Tank-Monstern. Und welche, die so passiv was haben, wahrscheinlich so um die 30. Da wird sich das wahrscheinlich einpendeln. So und jetzt kommt hier eine Defense, wo ich euch so ein bisschen mal die Grenzen von Sairos derzeit aufgrund der aktuellen Meta zeigen möchte, die in der Arena-Defense so vorherrschen kann. Denn ihr werdet sehr viele Wassermonster sehen. Wassermonster an sich nicht das Problem, wenn man garantiert kritet, so wie Sairos. Allerdings Kamillas, wenn die gekrittet werden, dann kickt er ihr Passiv rein. Und das werden wir jetzt so ein bisschen sehen. Ich muss dazu sagen, was wir jetzt sehen, ist ein kleines Misplay. Ja, die zweite Fähigkeit hier vielleicht nicht machen, weil dadurch habe ich die Defense-Prax auf den Kamillas ausgelöst. Wir machen jetzt die dritte und wir sehen, dass hier ganz links sogar auch die Vanessa stehen bleibt. Ich glaube, das war irgendwie so um die 37k. Also auch diese Vanessa ist stehen geblieben. Das heißt, jetzt kommen hier wirklich die Walküren-Kämpfe. Wir kriegen die Vanessa hier wahrscheinlich noch raus, aber jetzt wird der Sairos sterben. Und dann ist es quasi ein halber Damage-Dealer mit Tiana und ein anderer halber mit Psamath, die beide auf Krit quasi ausgelegt sind, gegen zwei Monster, die quasi gerne gekrittet werden wollen, damit sie ihren Passiv haben. Also das ist mit Kamilla, glaube ich, nicht so der Knaller. Also das heißt, Sairos zumindest hier reinspielen macht wenig Sinn und wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass der jetzt aufgrund des Patches jetzt nicht zu einem richtig krassen Monster wird, was jetzt das aktuelle Meta so richtig umhaut, zumindest nicht für die erste Runde. Aber das war jetzt nur so ein erster Bildversuch für die erste Runde mit Tiana. Ich dachte mir, okay, vielleicht probieren wir es einfach ein bisschen anders und versuchen noch mehr Schaden rauszuholen aus Sairos und versuchen das vielleicht in einer Zweitrundenkombi und das machen wir jetzt. Und da sind wir auch schon und ich dachte mir, wir runen einmal den Sairos komplett um. Anderer Bild, anderes Team und für die zweite Runde. Das heißt, wir lassen jetzt die erste Runde über unser Team ergehen. Ich zeige euch kurz die Runen. Das ist Leo, den haben wir auf Schild Doppelwille. Doppelwille vor allem deswegen, damit, wenn er das erste Mal dran ist, immer noch den Wille-Effekt danach drauf hat. Der ist auf HP, Crit, Damage und HP. Dann haben wir hier Galeon, das ist ein anderer Galeon, auch auf Ville, HP, Crit, Damage, A, CC. Da ist eine Delphor, die ist ja auch Speed-HP, HP. Wenn ihr die mit Leo spielt, alle Monster können deutlich langsamer sein. Aber ich spiele die halt noch in Belagerungskämpfen in anderen Teams, deswegen hatte ich einen etwas schnelleren Bild. Und wir sehen Sairos, den ich jetzt umgebaut habe. Und ihr seht jetzt auch die Crit-Rate, darauf achten. Ich habe deutlich versucht, hier auf Crit-Rate zu verzichten, weil ja eben die dritte Fähigkeit garantiert critet, wenn man genug Angriffskraft hat. Kleine Downside in so einem Zweitrundenteam ist allerdings, ihr müsst ja überleben. Deswegen habe ich ihm jetzt Attack, Crit-Damage und HP-Prozent gegeben. Glücklicherweise habe ich so eine HP-Prozent-Rune mit 28 Crit-Damage hier rumliegen, sodass das nicht so schlecht ist und wir auf 230 Crit-Damage kommen mit einem Fatal-Set. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, wie das funktioniert. Und der erste Gegner ist direkt diese Defense hier, die wir gerade schon auch gesehen haben. Mit Abelio, mit Vanessa, Camilla mal wieder und Björn-Chul. Also absoluter Cancer, kann man sagen. Und wir kriegen alles ab, wir überleben. Sairos HP sieht auch noch ganz gut aus, weil wir eben ihm eine HP-Rune gegeben haben. Leider hat Björn-Chul die Wille geklaut und die Camilla hat den Defense Break abbekommen. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Camilla rausbekommen. Das sind 33.000, oh, die Camilla war aber nicht groß tanky. Die Camilla war nicht groß tanky, 33k sollte sie eigentlich stehen bleiben und die Vanessa hat es auch direkt rausgetroppt. Das sah jetzt sehr impressive aus, aber ich glaube, die Camilla sollte bei 30k-Damage eigentlich stehen bleiben aus meiner Sicht. Dann hat jemand wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Leben oder in offenen Crit-Damage spielt das Ganze geruhnt. Das sieht hier nach einem Sieg aus, gehen wir mal direkt rein in die nächste Defense. Nächste Defense wieder mit Camilla und jetzt gucken wir doch mal, ob wir die jetzt aus dem Leben geschallert bekommen. Dritte Fähigkeit geht rein, wir heilen nochmal hoch, machen jetzt die Defense Breaks und jetzt die dritte rein. Und schallern hier hoffentlich auf Camilla ordentlich schaden. 24k, ihr seht, 24k, sie steht noch locker. Und der Pörner hat es natürlich rausgeäfft. Irgendwie den Psamath haben wir so gar nicht getroffen. Was ist da denn passiert? Hat der Psamath zu viel Angriffskraft? Das kann vielleicht sein, dass der Psamath zu viel Angriffskraft hatte und wir dann nicht gekrittet haben. Deswegen, vielleicht wären jetzt ja auch so eine Psamath-Defenses dadurch wieder ein bisschen interessanter, weil eben Sairos dann vielleicht doch nicht garantiert kritten kann damit. Möglicherweise, weil Psamath in der Defense sieht man den aktuell noch häufig. Ich sehe vor allem immer, ja doch eigentlich schon, so die 33er-Leads. Meistens gerade diese Swift-Leads sind derzeit schon sehr beliebt. Und jetzt sollte man es eigentlich gewinnen, selbst wenn jetzt hier die Vanessa noch, die Camilla noch geprockt hätte. Wir haben jetzt hier mit Delphoi die Möglichkeit Oblivion zu verteilen und dann ist Camilla eigentlich kein Problem mehr. So und eine Defense-Variante habe ich noch für euch. Das ist eine mehr mit einer HP-Lead, die wird jetzt und die hat sogar den Darion-Passiv, dass noch mehr Schaden negiert wird. Man muss aber dazu sagen, diese Defense sieht jetzt nicht besonders toll aus. Da ist jetzt ein Leo dabei. Ich gucke jetzt vor allem eher so ein bisschen auf die Damage-Zahlen. Wir resetten jetzt hier einfach den Erzengel, dachte ich zumindest, habe ich nicht gemacht. Und jetzt machen wir die dritte Fähigkeit rein. Versuchen hier alles zu Defense-Breaking trifft und jetzt mal die dritte und auf die Damage-Zahlen gucken. Wie gesagt, da ist ein Darion-Passiv mit dabei. 62k auf Leo, 68, das sieht gut aus. Solider Schaden und hier wird auch kein Monster sein, was hohen Angriffskraftwert hat. Dementsprechend sieht das eigentlich recht solide aus, zumindest jetzt gegen so eine Comp. Sie hat, wie gesagt, auch nicht die beste Defense gewesen, die man so stehen haben kann. Ich hatte mir jetzt nochmal zum Ende gedacht, komm, wir haben jetzt sehr viel gegen andere Leute getestet. Testest du das nochmal gegen deine eigene Defense und das machen wir jetzt. Und dann gehen wir mal rein in meine Defense. Wir sehen hier Vanessa, Biong-Chul, Juno und Camilla. Die Juno macht genau das, was sie machen soll. Biong-Chul klaut leider keine Immunität, war auch nur noch einmal drauf. Und jetzt passiert eigentlich nicht so viel. Also solange hier der Zyros nicht eingefroren wird, was aber durchaus passieren kann an dieser Defense. Also schon recht riskant, aber wir gucken, was das so an Damage macht. Alter, das waren gerade solide. 60, fast 60k hier auf der Juno. 54.000 auf der Vanessa. Bro, das knallt aber ordentlich. 44k auch auf dem Biong. Also mir persönlich gefällt der Zweitrunden-Bild mit einem Zyros ein bisschen besser. Zumal man auch bedenken muss, dass momentan wahrscheinlich im Arena-Meta mehr so die Speed-Monster am Start sind. Ich meine, jetzt gegen diese Defense hier reinzugehen, ist ein bisschen riskant mit der Juno. Wenn die den richtigen Stunt, dann ist das direkt verloren. Ja, aber ich persönlich fand den zweiten Bild ein bisschen besser. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch ein anderes Bild getestet mit Zyros. Probiert ihn gerne mal aus. Ich glaube, die dritte Fähigkeit kann ordentlich knallen. Ich habe jetzt leider keine richtig guten Rage-Runen dafür, weil ich kann mir vorstellen, vielleicht auf einem Rage-Set könnte er auch nochmal ordentlich knallen. Aber ich fand jetzt so die 40.000 bis 50.000 AOE ist schon solide. Ist schon solide. Jetzt muss man halt nur gucken, wie das in das entsprechende Arena-Meta reinpasst. Ich hoffe, euch hat das wieder ein bisschen gefallen und ihr konntet ein bisschen was rausnehmen. Probiert auf jeden Fall den Zyros aus. Daumen auf dem Video nicht vergessen. Kanal abonnieren und wir sehen uns dann wieder im nächsten kleinen Monster-Test.